Ich bin ein bisschen von allem. Ich bin neugierig. Ich bin kreativ. Ich gehe mit offenen Augen durch das Leben. Ich bin es gewohnt, jemand zu sein, der anders ist. Manche Menschen finden das, was ich tue, ungewöhnlich. Interior Design ist kein Job für mich. Es ist meine Leidenschaft. Ich benutze Dinge, um Geschichten zu erzählen. Ich koche unglaublich gerne und ich kann Stunden in der Küche verbringen. Aber am allerliebsten bin ich Gastgeber. Wenn ich Freunde zum Essen einlade, kümmere ich mich wirklich um alles. Damit der Abend ganz besonders wird. Die Liebe zum Detail macht dabei immer den großen Unterschied. Diese Freude am Kocken und Gastgeben sagt viel darüber aus, wer ich bin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. juini absolviert. Untertitelung des ZDF, 2020